Nach der EM ist vor der Bundesliga-Saison. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal und zwar es geht um meine neue Kick-Tipp-Saison, die bald auch wieder an den Start gehen wird. Ihr seht hier oben schon den Namen HSP Army 2021-2022. Ein neues Tippspiel, jetzt fehlt nur noch ihr mit einigen Neuerungen, die ich dieses Jahr hoffentlich auch durchziehen werde. Ich werde zum einen vor jedem Spieltag immer ein Video hochladen, wo ich die Spiele selber tippen werde. Das soll auch gleichzeitig eine Erinnerung sein für euch, dass ihr nicht vergesst, diese Spiele zu tippen. Denn jetzt sliden wir schon in die zweite Neuerung über. Ich werde mal alle fünf Spieltage schauen, wer regelmäßig mit dabei ist und die Leute, die leider nicht regelmäßig tippen, die werde ich halt aus dem Tippspiel rausschmeißen. Das hat mich letztes Jahr schon gestört. Ich habe es dann leider nicht durchgezogen, aber dieses Jahr glaube ich mit dieser zusätzlichen Erinnerung fällt es dann einigen vielleicht noch auf, dass sie vergessen haben, ihre Spiele zu tippen. Vergesst nicht auch die Bonus-Tipps hier, da habt ihr aber auch noch ein bisschen Zeit. Also ihr müsst dann quasi bis zum 13.08.2029 eure ersten Tipps hier fertig haben. Ich werde aber vor jedem Spieltag, denke ich mal am Donnerstag oder am Freitag selber, respektive halt, wenn es eine englische Woche ist, Montag oder so, dann das Video hochladen, dass ihr halt daran erinnert werdet. Ja, als Sieger bzw. als Preis gibt es natürlich wieder 50 Euro für den Gewinner am Ende der Saison. Entweder per Paypal, PaySafeCard oder was weiß ich, da lassen wir uns dann schon was einfallen. Der Leo Zino ist der amtierende Champion. Ich hoffe, ihr tretet bei. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf viele aktive Kick-Tipp-User. Der Link zu meinem neuen Tipp-Spiel ist unten in der Beschreibung und dann starten wir doch bald rein in die neue Bundesliga-Saison. Bald kommt also auch das erste Video und dann werden hoffentlich alle Schläfer und Träumer oder Leute, die es vergessen haben zu tippen, ein bisschen aufmerksamer mittippen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Also, macht's gut. Danke für eure kurze Aufmerksamkeit und schon mal danke an jeden, der auch diese Saison wieder mitmacht. Bis zum nächsten Mal.